Hallo, das ist Gregor von Pfotenteam. Das hier ist Sito. Sito ist ein fröhlicher, freundlicher Bossraummischling, der hier mit einer Helferin draußen war zum Fotoshooting. Er hat das immer gut aufgelegt, hat ziemlich viel Energie, braucht und will viel Auslauf. Eigentlich so wie fast alle Hunde. Aber es ist wirklich ein freundlicher Zeitgenosse. Alle, die mit ihm am Wasser waren, berichten, dass er gerne ins Wasser hüpft und gerne dort auch Steine und Stöckchen und alles Mögliche sucht. Ein super Lebenspartner. Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung für Sito. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.